Höre Im Spiegel der Beschäftigung mit der Heiligen Schrift erkennt man sich ganz neu. Die Herangehensweise an das Studium mit einem therapeutischen Ziel, ein Veränderter zu werden, hat aber auch ihre Limitation. Darin liegt eine Gefahr, dass man sich in der eigenen Vorstellungswelt dreht und die Auseinandersetzung mit dem Heiligen würde dann eher zu einem Selbstfindungsprozess, eine Beleuchtung seiner selbst, als wirkliche Hinwendung zum Gegenüber Gottes allein um seinetwillen. Das induktive Studium, das heißt der Austausch und die Reflexion der Schriften im Miteinander, hat einen tiefen Wert und ist wesentlicher Bestandteil eines inneren Weges. Noch viel kostbarer aber ist die Gemeinschaft einer befreiten Seele. Sie stellt die größte Gottesgnade dar und wird durch aufrichtiges und intensives Flehen durch großes Glück erlangt. In der Gegenwart einer verwirklichten Seele, welche die Inhalte der Schriften schaut und sie innerlich durchdrungen hat, erhält man Anteil an ihrer Verwirklichung. Das ist ein deduktives Lernsystem. Zuhören bedeutet, vorher nicht zu wissen. Es ist ein Prozess, der einen ins Unbekannte führt. Es ist immer, als würde man das allererste Mal diesen Kanal des Hörens öffnen. Jetzt darf etwas kommen, was gänzlich anders ist als alles, was je im Geiste abgespeichert wurde. In völliger Unvoreingenommenheit widmet man sich. Die Heiligen haben das Gotteswort auf besondere Weise in sich bewahrt und ohne Abstriche verwirklicht. Ihr Innerstes ist davon durchdrungen. Durch ihr Lebenszeugnis und ihre Treue zur Botschaft Sri Krishnas werden sie zur lebendig vor uns stehenden und uns direkt adressierenden Heiligen Schrift. Durch die Gegenwart der Heiligen Schrift und der Anwesenheit eines reinen Geweihten des Herrn bewässert der Herr die Aufmerksamkeit des Lebewesens mit den Empfindungen des transzendentalen liebevollen Dienens. Wenn diese Bhakti von Krishna, welcher in diesen beiden Formen gegenwärtig ist, in der Seele entfacht wurde, fällt Sri Krishna unter die Kontrolle der Liebe seines Geweihten. Niemand kann die Shastra erfassen, der nicht zutiefst eins wird mit den Wirklichkeiten, von denen sie uns berichtet. Deshalb stellt es auf dem inneren Leben eine ganz grundlegende Landmarke dar, eine Seele in dieser Welt zu finden, welche diese Wahrheit lebendig verkörpert und verwirklicht hat. In ihrer Gegenwart gewinnt alles Gelesene und philosophisch Erfasste die Dimension der Wirklichkeit hinzu. Man geht also nicht zu Heiligen hin und bittet sie einfach um Tankfüllung. Das heißt, ihre Gegenwart soll nicht die momentane körperliche und emotionale Befindlichkeit befriedigen. Wenn man die Heilige Schrift verstehen und mit ihrer lebensverändernden Kraft in Berührung treten möchte, braucht man den Segen der verwirklichten Heiligen. Im Hören von ihnen erlangen die Texte ihre eigentliche Lebendigkeit. Srila Shiva Goswami schreibt, dass jeder Vers des Bhagavatam letztlich eine Offenbarung Astakalyalila darstellt. Fragen werden nicht nur geklärt, sondern erst einmal aufgeworfen. Man beginnt, sich Fragen zu stellen, welche man zuvor nie hatte und auch nicht auf die Idee gekommen wäre, sie zu stellen. Wenn jemand ein Musikinstrument lernen möchte, geht er auch nicht in eine Musikschule und er bittet einfach einen Lehrer. Sie werden ihn zuerst fragen, was er denn für ein Instrument erlernen möchte. So wird er nicht antworten können, dass ihm dies egal sei und er nur einen Lehrer wolle. In ähnlicher Weise wendet man sich nicht einfach an einen Lehrer aufgrund seiner Ausstrahlung, Charisma oder der liebevollen Atmosphäre, die von ihm ausgeht. Wenn einem die philosophischen Grundlagen Tattva Siddhanta klar geworden sind und man weiß, was man erlernen möchte, sucht man eine Persönlichkeit, welche diese Inhalte lebendig verkörpert. Dann weiß man auch, was man erfliehen möchte. Das Hören von einer solchen Seele kreiert ein Samskara, einen inneren Eindruck, welcher viel tiefer geht als alles erlernte Intellektuelle Verstehen. Nicht, dass dieses nicht auch vonnöten wäre, aber es wird nun mit Lebendigkeit durchhaucht. Was zuvor noch ein Konzept, das logisch war, einen angesprochen hatte und sogar ein bejahendes Echo des innersten Gewissens auslöste, wird in der Gemeinschaft von Heiligen zur greifbaren Wirklichkeit zum Lila. Im Vilapkusumanjali sagt Raghunath Das Goswami Mukha Asvadhan Vat Ich fühle mich wie eine taube Person, welche wunderbarste Dinge erleben darf. Doch aufgrund der Begrenztheit irdischer Sprache nicht in der Lage ist, sie auch adäquat in Worten auszudrücken. So beschreibt er seinen eigenen Zustand. Im Siddhadeha, in seinem ewigen spirituellen Körper, als Rathimanshari, erlebt er den Liebesaustausch mit Radha Krishna, aber nichts in dieser Welt hat dazu eine Ähnlichkeit, damit man fähig wäre, diesen auch nur annähernd zu beschreiben. Es fehlt die Fakultät dazu, die Möglichkeit der Übermittlung dieser Erfahrung. Heilige kosten die Erfahrung und legen sie aus Mitgefühl mit allen Seelen in schriftlicher Form nieder, wobei sie selber sagen, dass dies nur ansatzweise möglich ist. Wenn man dann nur diese Schriften alleine hat, ohne die Gemeinschaft von Heiligen, die einen darin anleiten, bleibt man mit Wortfetzen zurück, die vielleicht ein wenig vom Duft eine kleine Faszination oder ein kleines Fragment vom wirklichen Inhalt vermitteln können. Doch die gesamte Wirklichkeit Vrindavans ist nicht ausdrückbar in Worten dieser Welt. Wenn man dies demütig akzeptiert und das Maß seiner Binnenperspektive und Eingeschränktheit auch wirklich eingesteht, erwacht eine Sehnsucht nach Ausbruch aus diesem eigenen und engen Gefängnis. Man sucht die Gemeinschaft von Seelen, welche die Worthülsen überschritten haben, und das betrachten, worauf alle Texte hinweisen. Weil es aus ihrer Erfahrung stammt, kann das Hören von ihnen, das Samskara, den Eindruck in unserem Gemüt vermitteln, was die Worte in sich nicht tun können. Im Heiligen Studium geht es darum, mit der Gesamtheit aller Zellen, mit dem gesamten Wesen in aller Aufmerksamkeit zu hören. Das Bhagavatam 1.3.44 spricht davon, mit gespannter Aufmerksamkeit die Worte in das Herz einzulassen. Die Worte sind dann nur Hinweise und Zeichen, die auf etwas viel Größeres auf das Wesen Gottes verweisen. Vereinfacht könnte man das so darstellen. Patar, die eigene Lesung Vijarana, tiefe Reflexion, ein Nachdenken darüber Wer meditiert, stellt die hermeneutische Frage Wie kann und soll ich den Text verstehen? Was bedeutet es für mein Leben? Shravana, hören von heiligen Personen, die eine Verwirklichung davon haben. Subhata, lesen, aber es ist mehr ein Wiedererinnern dessen, was man von den Heiligen gehört hat. Darin geschieht die Wiederaktivierung ihrer Präsenz und Svarub-Shakti, Krishnas Gnadenkraft, beginnt zu fließen. Gada, Samskara, werden geweckt. Das sind nicht Eindrücke, die je durch die Sinne in das Bewusstsein eingedrungen sind, sondern intrinsisch in der Seele existieren. Das nennt man auch die Resonanz aus dem Innersten. Da erfährt der meditierende Lesende, dass Krishnas Worte viel tiefer zu einem Gehören als selbst all seine eigenen Gedanken und Gefühle. Im heiligen Studium erfährt man die lebendige Gegenwart des offenbarten Wortes. Dennoch hat das Hören von Sadhus dem persönlichen Studium gegenüber immer den Vorrang. Denn die Stimmungen der Schriften können eigenmächtig nie erfasst werden. Nachdem man von Heiligen gehört hat, ist das persönliche Studium die Reaktivierung dieser Eindrücke und der Stimmungen, die man vom Herzen der Sadhus erhalten hat. Sadhus, Seelen, die Radha und Krishna von Angesicht zu Angesicht schauen, lassen alle Inhalte der Schriften in uns aufleuchten. Sie sind die Aufschrift dieser Erde. Hören ist Wiedererinnern. Alle Erkenntnis der spirituellen Welt gerinnt in menschliche Gestalt und erscheint vor einem in der konkreten, unüberbietbaren Gestalt von Sri Guru. Er ist die lebendige Verkörperung der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift richtet sich unverbindlich an alle, an eine riesige Zuhörerschar, doch die Einladung von Sri Guru steht direkt vor einem und stellt eine persönliche Aufforderung, eine Einladung der spirituellen Welt dar. Es ist der Moment der unumgehbaren Einladung der Gnade. Tiefes Gottvertrauen wird geboren im aufmerksamen Zuhören von Heiligen. Die Heilige Schrift soll erläutert und ausgelegt werden in dem Geiste, in dem sie verfasst wurde. Für die selbstverwirklichte Seele braucht es keine Schriften, da ihre Wahrheit in ihrem Inneren durchdrungen wurde. Die allgegenwärtige Präsenz des Inhaltes der Schastra ist in ihrer Seele aufgenommen worden. Aber in ihrer Gemeinschaft erfährt und erlebt man die Grundstimmung der Gottesliebe, welche erst zum Verständnis der Schrift hinführen kann. In der Bibel heißt es, Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. 2. Korinther 3.6 Tod ist der Buchstabe, wenn er nicht offen ist für seine neue Auslegung. Dann wird das Buch zu einem Götzen erhoben, zu einem festgelegten, innerweltlich manifestierten Ding. Heilige Gemeinschaft aber offenbart unendlich viele neue Sichtweisen des einen Verses oder des einen Wortes. Unser Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat manchmal über einen Monat jeden Tag über den gleichen Vers des Bhagavatam gesprochen und immer sind wieder neue Bedeutungsnuancen aufgestiegen. Wahrheit sickert durch genaues Zuhören ganz sanft in einen hinein, bis jede Zelle des Seins davon erfüllt ist. Der Wahrnehmungshorizont weitet sich über das bedürfnisorientierte Ich hinaus, damit man dann das eine Wort hören kann und er einen in der Tiefe berühren darf. Der heilige Name, der gleichzeitig Wort und Wirklichkeit ist. Wenn man in diesem Augenblick die Wahrheit hören will, dann berührt sie einen auch. Es gibt Worte, die vielleicht sogar die Quellworte, Gottes Worte, zu imitieren vermögen, aber nicht von dort aus entspringen. Sie stammen aus einem innerweltlichen Selbst heraus und stellen eigentlich nur Buchstabenkombinationen dar. Die erfüllten Worte, die Wahrheit bergen, die jedoch anhand der Worte alleine von den inhaltslosen Worten nicht einmal unterschieden werden können, entspringen dem Mund von Sadhus, einer Quelle jenseits des menschlichen Bewusstseins. Das Wortgefäß sieht genau gleich aus, aber ihr Inhalt bewirkt gänzlich andere Erfahrungen, gänzlich andere Wahrnehmungen. Deshalb ist es so essentiell, die Worte der Heiligen Schrift von selbstverwirklichten Seelen zu horchen. Wenn man die Heilige Schrift wirklich verstehen möchte, dann setzt man sich zu einer selbstverwirklichten Seele und hört einfach von ihr. Chaitanya Charitamrita 3.5.131 Wenn man eine Kunstausstellung besucht, ist es ungemein viel bereichender, wenn einem jemand beisteht, der ein enthusiastischer Experte ist und einem somit einen gänzlich anderen Zugang zu den Bildern verschaffen kann, als wenn man da einfach nur alleine durchspazieren würde. Valabha Bhatta, ein großer Gelehrter, kam zu Chaitanya Mahaprabhu nach Puri und wollte ihm seinen Kommentar zum Bhagavatam vortragen. Er sagte, Ich bin ein Vaischnava und kenne alle Schlussfolgerungen der Bhakti und die Bedeutung des Bhagavatam. Zudem kann ich sie wunderbar erklären. Chaitanya Charitamrita 7.54 Mahaprabhu vermied es immer wieder, von ihm zu hören und sprach zu ihm und sprach zu ihm über die Heilung spirituellen Stolzes. Er pries die Eigenschaften der aufrichtigen Geweihten. EBD 7.16 FF In der inneren Geisteshaltung der Wertschätzung zu anderen Seelen, die ihr Leben dem Pfad der Unvergänglichkeit geschenkt haben und speziell in der Haltung der Achtung vor fortgeschrittenen Persönlichkeiten, ist es, als ob innerlich ein Tor geöffnet wird, durch welches immer frische neue Bedeutungen und tiefe Verständnisse der Shastra in einen einströmen. Das Bhagavatam erklärt selber, dass durch das Dienen zum reinen Geweihten liebevolles Dienen zu Gott, Bhakti, zu einer unwiderruflichen Tatsache wird. 1.2.18 Durch das Dienen zu den Geweihten erhält man die Affinität, mehr über Krishna hören zu wollen und auch den Geschmack an der Botschaft Krishnas. Bhagavatam 1.2.16 Zu Beginn liest man wie im Dunkeln. Der Sadhu ist das Licht. In ihrer Gemeinschaft offenbart sich der Inhalt der Schrift. Man mag jahrelang einen religiösen Weg gehen, aber dies ist noch lange keine Referenz dafür, dass man auch effektiv innerlich weiterschreitet. Immer wieder steigt die Intensität Gottes auf, aber man weicht aus, bevor man von der Wucht richtig getroffen wird. Man erlaubt den vollen Aufschlag der Gnade nicht. In diesem Ausweichen hat die Gnade Gottes auch nicht diese zerstörerische Kraft, um die Schale der Abwendung zu erübrigen. Krishna, schenke mir nun die Radikalität der Bereitschaft, dein Wort wirklich hören zu können, denn dies bedeutet aufzunehmen. Dann zerfallen die Abdämpfungsschichten, welche mir die Wucht deiner Gnade auf Distanz hielten. Die Zunahme der Risikobereitschaft ist Annäherung, denn es geht um einen vollkommenen Einsatz. Alles andere ist nur das jämmerliche Aushandeln von Schonfristen. Den Verhandlungsmarathon darf man aber nicht mit dem inneren Weg gleichsetzen. Der vergebliche Schonungsraum, der künstlich geschaffene Abstandsraum des Sicherheitskonzeptes vermag nur schale Erfahrungen zu schenken, niemals aber die pochende Liebesintensität von Krishnas Nähe. Diese wird greifbar konkret in der Gemeinschaft von Sadhus und man braucht sich nicht zu wundern, dass in den alten Strukturen seiner selbst viel Resistenz und Fluchtimpulse auftreten. Sie stellen die natürliche Reaktion des alten Systems dar, welche diese Intensität nicht gewohnt ist.